Zwischen Kids und Kniebeugen. Fit mit Frank und Franzi. Präsentiert von der AOK Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich bin Franzi, Mitte 30, bin quasi eine Vollzeit-Mutti. Ich habe zwei Kinder zu Hause, habe ein Haus, habe einen Hund und einen Ehemann. Ja, für alle habe ich Zeit, aber irgendwie halt für mich selber nicht. Und das möchte ich ändern. Ich möchte fitter werden. Ich möchte mich einfach gesünder fühlen, im besten Fall auch noch ein paar Kilo verlieren. Und das am besten mit Dingen, die wir in unseren Alltag einbauen. Frank, du bist mit an meiner Seite, wo ich mich sehr drüber freue. Liebe Franzi, wunderbar, dich zu sehen. Ich bin Frank Majewski von Training mit Dich. Ich bin Präventions-, Personal- und Fitnesstrainer. Und ich versuche, die Franzi so ein bisschen auf ihrem Weg zu begleiten, dass sie einen kleinen Leitfaden mitbekommt. Wie kann ich Bewegung in meinem Leben, in meinem Alltag einfach zu einer Routine werden lassen? Und das am besten auch für euch, dass ihr das natürlich auch alles mitmachen könnt. Und in unserer ersten Folge, da haben wir ja festgelegt, jeder, der von uns fit werden will, der muss auf jeden Fall sich einen Zettel machen, wo draufsteht, was wir für ein Ziel haben. Das habe ich gemacht. Mein Zettel klebt am Kühlschrank. Genau, die Whoop-Methode. Ja, da steht drauf, ich möchte fitter werden. Und habe mir so ein Muskelmännchen da drauf gemacht mit drei Stiften. Ja, fitter werden möchte ich. Im besten Fall auch noch ein paar Kilo verlieren. Das wäre natürlich optimal. Wir haben uns in der letzten Folge geeinigt, zweimal 20 Minuten aktiv was für uns selber zu tun. Da haben wir bei mir jetzt im Beispiel festgelegt, Donnerstagabend passt da bei mir ganz gut. Mein Mann kümmert sich da mal um die Kinder. Das ist Mama-Zeit. Ja, die Routinen einbauen, genau. Und Samstagvormittag. Das habe ich auch durchgezogen. Habe aus dem Wohnzimmer-Workout von der AOK mir so ein paar Elemente rausgenommen. 20 Minuten das durchgezogen. Hat Spaß gemacht und ich habe mich echt danach richtig gut gefühlt, ja. Respekt schon mal, ja. Da hast du dir ja schon einige Tools herangeholt. Da bin ich ganz begeistert, ja. Hast du dann auch gemerkt, wie dein Körper auf diese Bewegung reagiert hat? Also sprich Muskelkater gehabt? Etwas, ja. So in bestimmten Regionen, gerade so Bauchregionen, Oberschenkel. Das merkt man dann doch. Das sind wahrscheinlich auch, ich denke mal, verbessere mich, wenn es nicht so ist, die Regionen, die man weniger im Alltag auch beansprucht. Und wenn man dann da aktiv was macht, dann merkt man das natürlich, ja. Ja, da sind wir beim Thema geparkte Muskeln, ja. Wir Menschen neigen dazu, eben nur das zu machen, was einem Spaß macht. Und da sind eben viele Muskeln, die werden weggestellt. Aber ich war fleißig. Ich bin diese Woche zusätzlich walken gegangen. Einmal eine halbe Stunde, einmal eine Stunde, ja. Jingle, 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 jingle. Und ich habe sogar das Fahrrad aus dem Keller geholt und bin 10 Kilometer fahren. Was zum Abstauben, zum Abstauben? Okay, also zum Fahren. Erst abgestaubt und dann gefahren. 10 Kilometer, also ich habe diese Woche wirklich aktiv mal was getan und wollte mal gucken auch, tut sich da vielleicht sogar was auf der Waage? Ich wiege mich ja jeden Tag, ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist. Nein, 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 das ist der Tod. Das ist ja immer auch das Thema Körpertransformation. Natürlich wird der Körper, wenn er aktiver wird, auch muskulöser, ohne dass du jetzt gleich aussiehst wie Mrs. Universum. Aber natürlich Muskeln, die aktiv sind, fangen an zu wachsen, minimal, und liegen und sind natürlich schwerer als Fett. Deswegen sehe ich aus wie 80 Kilo, wiege aber 100, weil ich eben natürlich wenig Fett habe, aber eben schwerer bin, also mehr Muskelmasse habe. Deswegen wiege dich lieber nicht, nimm dir kleine Parameter, wie passt die Hose, geht die jetzt leichter zu, habe ich das Gefühl, dass irgendwas an mir passiert, ohne dass ich an meinem Gewicht kontrolliere. Sondern du kannst auch anfangen, deine Oberarme, deine Oberschenkel zu messen, deinen Bauchumfang, dass du da einfach misst, wie beginnt mein Körper sich zu verändern. Das ist viel, viel entspannter. Ja, fällt mir auf, wenn ich mich vor den Spiegel stelle, also so seitlich, dann denke ich manchmal, ja, es ist ein bisschen weniger, aber auf der Waage sehe ich natürlich überhaupt nichts. Also da ist nichts weniger geworden. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Und dein Fahrradabenteuer, wie ist es dann ausgegangen? 10 Kilometer am Stück oder hast du alle zweieinhalb Kilometer eine Trinkpause und eine Reanimation genommen? In zwei Strecken war es unterteilt. Also einmal fünf Kilometer, dann, die Kinder hatten wir ja mit, Spielplatz besucht, ein bisschen rumgesessen mit Freunden und dann wieder zurückgefahren. Das waren insgesamt zehn Kilometer. Das Einzige, was mir da wehtat, war tatsächlich mein Hintern vom Sattel. Die Arschknochen. Weil du es nicht gewohnt bist. Und jetzt natürlich die entscheidende Frage, war das jetzt das erste Mal nach langem, dass ihr das gemacht habt? Also ein Ratausflug? Ja, war schon länger her. Hat dir das Spaß gemacht? Ja, also kann ich jedem von euch nur empfehlen, sich wirklich mal auf einen Drahtesel zu schwingen. Also es ist nicht so schlimm, wie es vorher sich anfühlt oder aussieht. Naja, und hier sind wir schon bei einem guten Ansatz. Wenn du zum Beispiel sagst, das hat mir Spaß gemacht, auch die frische Luft und auch mal rauszukommen, das könnte auch eine Samstags-Morgens-Routine sein. Dass du sagst, ich fahre nur zehn Kilometer, da gehen wir jetzt mal von einer halben bis 40 Minuten aus, komme zurück, packe das Rad in die Einfahrt und haue mich dann auf meine Gymnastikmatte und mache einfach nochmal für zehn Minuten Bauchmuskeltraining und Rückentraining. Ja. Ja. Habt ihr ein Haus? Habt ihr eine Wohnung? Ja, Haus, wo auch allerhand rumsteht, auch ein verstaubtes Trainingsgerät im Keller. Oh, was ist es denn? Warte, 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 lass mich raten. Entweder ist es so ein Cross-Trainer oder so ein Stepper, oder? Ja, es ist so ein Stepper, aber wo man die Arme mit bewegt. Dann ist es ein Cross-Trainer, ja. Also wenn man praktisch Ski-Langlauf simulieren würde, ja. Genau, ja. Okay. Die ersten Male, wo ich draufstand, hab ich gedacht, ich krieg einen Schwindelanfall. Irgendwie kam ich mit der Koordination gar nicht so richtig klar. Ja, und seitdem steht's im Keller. Aber ich hab's mir auch noch nicht getraut, wegzuschmeißen. Hab gedacht, nee, vielleicht brauch ich's ja mal noch. Fitness, also Home-Fitnessgerät, also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, du bist ja ein bisschen jünger als ich. Diese Home-Shopping-Kanäle, was die so früher angepriesen haben. Ich weiß nicht, wenn du als junges Kind oder als Teenager da mal reingezappt bist, wenn du früh um drei aus der Disco gekommen bist, dann so halbtrunken guckst, oh, was bieten die ja nachts an für irgendwelche Bauchvibratoren oder ordentlich. Das ist natürlich, man kann das nutzen, die mögen auch eine Effektivität haben, aber es ist eben wie mit allen Dingen, die sie um Bewegung, du musst sie eben immer wieder einsetzen, ja. Und dich auch ein bisschen auch mit dem Gerät anfreunden und es auch wirklich bis zur körperlichen Erschöpfung nutzen, sonst ist es wirklich nur ein Rumsteher. Ja, und bei solchen Crosstrainern, auch ähnlich wie im Radfahren, wenn du sagst, ich nehme den Crosstrainer, ja, das wäre dann auch so eine Möglichkeit, ich fahre auf dem Ding zehn Minuten oder ich bewege mich, man fährt ja nicht, schmeiß mich danach wieder auf meine Matte, mache 20 Sit-Ups, fahre wieder zehn Minuten, schmeiß mich wieder auf die Matte. Dass du also gar nicht erst in so ein eintöniges Crosstrainer-Training fällst, sondern dass du wirklich das Ding einfach als abwechslungsreiches Element benutzt. Das könntest du dann, könntest du es auch wieder reaktivieren und es liebgewinnen vielleicht auch. Okay, was mich immer so ein bisschen an Trainingsgeräten stört, die stehen halt eigentlich gefühlt immer im Weg. Man fällt drüber, dann ruckt man das Ding nur hin und her und irgendwie nervt es einen bloß, ja. Gerade bei den größeren Geräten wie jetzt diese Crosstrainer. Deshalb wollen wir heute mal gucken in unserer Folge, was können wir denn so von Alltagsdingen, die wir zu Hause rumstehen haben, mit einbauen. Was kann ich nutzen, um vielleicht Muskeltraining zu machen oder mich fit zu halten? Da hast du doch bestimmt ein paar Tricks für uns. Ja, also zuerst mal würde ich gerne zurückkommen, also spart euch bitte teure Anschaffungen, wenn ihr kein Profisportler seid. Also zum Beispiel so ein Hometrainer als Fahrrad lohnt sich nur, wenn ich auch wirklich anbeziehend Rad fahre. Alle anderen ist es wirklich unsinnig, weil man schafft es nicht, sich eine Stunde auf so einen Hometrainer zu setzen. Die wenigsten, sagen wir mal so, die wenigsten. Viele schaffen das. Also spart euch die 800 oder 1000 oder 500 Euro, aber wir wollen ja eigentlich, dass man Routinen entwickelt und die dann auch steigen, ansteigen. Also wir legen fest, was ihr braucht, ist eine Matte. Ja, das kann auch mal erstmal in den ersten paar Wochen eine Isomatte sein, die ihr schon im Keller liegen habt, auf der ihr früher im Zelt rumgelegen habt. Ja, die habe ich auch, genau. Also die Isomatte raus, dazu vielleicht noch ein Handtuch und ich würde ganz klar sagen, erstmal zwei Liter Flaschen, ein halber Liter ist zu wenig und dann einfach mal sich Gedanken machen, was will ich gerne mit diesen Flaschen machen. Ich will gerne mich am Ort bewegen, mit der Matte, mit den Flaschen im Handtuch. In dem Falle, die Flaschen sind ja Handelersatz und das Handtuch ist ja ein Ersatz, um Körperspannung aufzubauen. Und da findet man ganz viele Hinweise und Tipps. Und wenn du dir die Flaschen hinstellst, und da sind wir wieder bei unserem Thema von letzter Woche, deine 20 Minuten, den gibst du den Muskeln noch einen kleinen Extrakick, weil du ihnen ja praktisch ein kleines Gewicht dranhängst. Und dieses Handtuch meinst du jetzt auch nicht auf meine Matte legen, zum Drunterlegen, falls ich schwitze, sondern schon aktiv als Arbeitsmittel mitnehmen, ne? Zum Beispiel zwischen die beiden Arme spannen und dann... Also in erster Linie habe ich daran gedacht, dass du dich über den Kopf hängst. Sieht bestimmt super aus. Oder dass es dir im Bauch bindet, wenn es so ein krone Saunatuch ist und sagt, hey, hier kommt die Franzi. Das sind zu viele Bilder im Kopf. Also das Handtuch, natürlich zum Schweißabwischen, klar. Aber in erster Linie einfach, um es halt lang zu ziehen, so wie so eine Art dicke Seil zu nutzen. Weil wenn du an ausgestreckten Armen ein Handtuch auf Spannung hältst, geht diese Spannung über die Arme auch in den Rücken rein, noch bis runter ins Gesäß, in die Beine, dass du einfach oder ihr mit dem Handtuch eine Körperspannung generiert. Das ist einfach so, du ziehst an diesem Handtuch und dadurch fängt an, eine Muskelkette sich anzuspannen. Und mit diesen angespannten Muskelketten machst du einfach Übungen. Ja. Und diese Wasserflaschen als Handeln, das habe ich wirklich das allererste Mal gesehen in unserem Wohnzimmer-Workout mit der AOK, was wir mit euch während Corona-Zeiten gemacht haben. Da habe ich gedacht, so eine geile, einfache Sache eigentlich, ja? Ja, weil eine leere Flasche hat jeder von uns zu Hause, die mit Wasser beföhnen und schon hat man ein Gewicht zum Handeln trainieren. Naja, und kein kleines, ja? Ja. Und wenn man überlegt, dass du für 1,5 Kilo Handeln, wenn du sie online bestellst, dann hast du schnell mal 20 Euro ausgegeben, ja? Die kannst du natürlich gerne gut investieren, aber erst wenn du sicher bist, ich bin Donnerstag und Samstag an. Das sind meine Sportminuten, ja? Dann kannst du auch sagen, okay, die Flaschen sind ja so abgegriffen, das Fundetikett ist ab und dann ab und Blastemüll, jetzt gebe ich mir ein bisschen mehr Geld aus, weil, und das ist der entscheidende Punkt auch zum Thema Hometrainer, natürlich kann sich alles jeder zulegen, aber es hat natürlich keinen Sinn, zur ersten Tennisstunde zu kommen oder zum ersten Golftag mit 1.000 Euro Equipment, ja? Man sieht zwar gut aus, aber… Aber sinnlos, ja, das ist sinnlos, das ist wie, wenn ich zum ersten Mal zur Gesangsprobe gehe und nehme drei Flaschen Saft mit, weil ich denke, oh, meine Stimme, die ist so golden, die muss ich mit dem besten Saft der Welt ölen, das ist natürlich Käse, ja? Und hier, Franzi, wie gesagt, Handtuch, Flaschen, einfach mal anfangen, ja? Aber zum Thema Küche, Fitnessstudio, auch ein guter Topf wiegt auch mal schnell zwei Kilo, ja? Oh ja, habe ich so einen riesen Suppentopfstuck. Genau, ja, und wenn man den eben ähnlich wie ein Kettlebell benutzt, ja, kann man mit dem schon, ein Kettlebell ist praktisch eine Kugel mit so einem Griff dran. Okay. Ja, und da habt ihr schon mal einen großen Zwei-Kilo-Topf, wenn ihr es übertreibt, könnt ihr auch die alte Milchkanne von der Oma mit Beton ausgießen, ja? Da habt ihr schnell mal sechs Kilo Kettlebell zu Hause, ja? Und wenn ihr merkt, dass euch das gut tut und wie euer Körper auf solche Gewichte reagiert, dann könnt ihr euch ja in allen Medien, die wir sowieso immer abrufen, euch schlau machen, was ich damit noch anstellen kann, ja? Oder auch hier, ich sage nur Butterbrotischmier, du bist ja eine junge Mama, ja? Ja, mache ich jeden früh. Ja, auch ich musste früh immer Brotischmier oder meistens am Vorabend, ja, weil ich dann immer früh los bin. Aber um nochmal zurückzukommen, wenn du also an diesem, an deinem Schneidebrett stehst, dann gehst du einfach mal in so eine große seitliche Schrittlänge, nimmst die Beine weit aus und gehst einfach mal immer runter und bleibst einfach breitbeinig in so einer ganz leichten Kniebeuge an deinem Brettchen stehen und machst den Kindern für die sieben, acht Minuten deine Brötchen. Und in dem Moment hast du ja praktisch eine statische Muskelspannung und wenn du das machst, könntest du theoretisch auch immer noch so im Rhythmus immer auf Zehenspitzen gehen. Dann geht dein Gesäß noch in Spannung, ja? Das heißt, Oberschenkelgesäß, die Schnitten schmieren und wenn dein Mann um den eng guckt, dann sag mal, ist das mit meiner Franzi los? Die wippt hier so vor sich hin immer, ja? Ja, also das gilt auch für zum Beispiel, wenn du bügelst, ja? Du könntest auch immer wieder beim Bügeln immer wieder mal in solche statischen Muskelhalteübungen gehen. Das bekannteste Beispiel ist dieser Wall-Sit, also das an einer Wand sitzen, wenn man praktisch am Rücken an einer Wand anlehnt, dann runter geht, ja? Das ist auch so eine statische Halteübung und da ist die Challenge eben zu sagen, ich fange mit 20, 30, 40 Sekunden an. Dasselbe wäre eben bei Hausarbeit, ja? Das ist halt das Gute, dass man dann so Übungen mit einbauen kann in den Alltag, den wir ja alle haben, weil zu sagen, jeden Tag, ich nehme jetzt eine halbe Stunde, einfach nur Zeit für Sport, ist halt schwierig. Für mich und wahrscheinlich auch für euch. Und von daher ist das super, so Tipps von dir zu kriegen, ja, wie wir das einfach beim Schnitten schmieren, beim Bügel, was wir sowieso immer machen, mit einbauen können. Genau. Aber man muss sagen, es ist natürlich ein Einstiegsprogramm, ja? Es ist natürlich immer besser, wenn du sagst, okay, wenn ich Zeit habe, nehme ich intensiv ein Training auf, ja? Dann gehe ich wirklich in meinen Bereich, in mein Arbeitszimmer, Schlafzimmer oder auf meine Terrasse und dann rocke ich richtig was runter. Ja. Aber für zwischendurch, ja, dasselbe gilt auch früh für Zähneputzen. Drei Minuten, irgendeinen Ausfallschritt zu machen oder wie gesagt, diese breiten Sumo-Squats. Ich wollte gerade sagen, Hausaufgabe letzte Woche, drei verschiedene Kniebeugen habe ich ganz fleißig beim Zähneputzen gemacht. Genau. Und das sind auch immer wieder drei Minuten und die Muskulatur merkt sich, dass die geht natürlich dann irgendwann, wenn irgendwann lachst du da drüber, dann ist es Routine. Ich kenne jemanden, den habe ich, oder ich propagandiere immer, auf jeden Tag 40 Liegestütze zu schaffen, aufgeteilt in Fünfer oder in Zehnerschritten. Wenn man das jeden Tag macht, dann schafft man die irgendwann am Stück. Ja, und der Aufwand, der zeitliche liegt unter fünf Minuten. Also Liegestütze ist jetzt nicht so mein Fachgebiet. Ja, aber auch, ich will an dem Beispiel nur sagen, auch dir wäre das gegeben. Du würdest eben anfangen mit dreimal drei Liegestütze und die würdest du auch schaffen. Natürlich vielleicht nicht bis runter, bis die Nasenspitze in den Boden tut, aber der Körper ist ja ähnlich wie alles. Es ist ja alles erlernbar und er reagiert auf Reize. Ja, deswegen immer auch den Gedanken aufgreifen, lieber etwas tun als gar nichts. Ja, dieser berühmte Satz hier, das Losgehen zählt. Das wollte ich gerade fragen. Also wenn ich jetzt wirklich vielleicht auch nur die Zeit habe, so bei den alltäglichen Dingen wie Schnitten schmieren oder bügeln oder Wäsche aufhängen, immer mal so ein paar Elemente mit einzubauen, das bringt auch schon ein bisschen was. Genau. Und du wirst merken, wenn du drei Minuten irgendwas machst, also diese Kniebeugvariante zum Beispiel. Ja, habe ich gemerkt. Genau, das merkt man. Hätte ich nicht gedacht. 20 Stück, hätte ich gedacht, das machst du mit links. Aber Halleluja, ja, ich habe Oberschenkel, habe ich gemerkt. Genau, genau. Und das gilt eben auch für alle Muskeln. Du kannst, wie gesagt, ich rate dir zu deiner Mathe, die immer griffbereit steht, dass du sagst, okay, die Kids gucken jetzt gerade ihr Sandmännchen. Und auch das ist eine Geschichte, ja. Sandmännchen gucken, sieben, acht Minuten, zack, die Mathe raus und dann einfach so eine kleine Serie starten, ja. 20, dreimal 20 Sit-Ups, dreimal 20 Kniebeuge. Sandmännchen zu Ende, Mama guckt in der Ecke, yeah, Mama, one move, ja. Und dann sagen die, ey Mama, du siehst so abgekämpft, so warst du denn du. Ich habe mich für euch stark gemacht, ihr Lieben. Weil ihr braucht eine starke Mama. Ohne starke Mutter kommt ihr nicht durchs Leben. Genau, die fit werden will. Also, wir können das festhalten. Ihr habt zu Hause mehr Dinge, die euch eigentlich bewusst sind, ja. Es muss aber entscheidend sein, dass ihr euch dafür Zeit nehmt. Zwei Wasserflaschen, das Handtuch, Franzi, und wie gerade auch nochmal ein Topf oder so sein muss, ist mitunter, es gibt Leute, die laufen mit einem vollen Bierkasten als Gehgewicht drum, aber das ist natürlich viel zu schwer. Aber ich will nur sagen, gerade durch Corona haben eben viele Geräte zu Hause Einzug gehalten, die man sonst eher im Fitnessstudio trifft, aber dass sie einfach eben ein Ausgleichsgerät bilden. Also eine Kompensation zu dem, das man eigentlich kennt, ja. Wie sieht es jetzt so aus, wenn ich mal Richtung Wohnzimmer gehe? Couch, Sessel, kann ich da irgendwie was mit einbauen? Naja, die Couch, Sessel bietet sich an, wenn man jetzt zum Beispiel sich mit den Händen drauf stützt, rückwärts drauf stützt, könnte man Trizepstipps machen, man könnte sich auch an der Rückenlehne der Couch festhalten und dann könnte man zum Beispiel im Einbeinstand das Bein nach hinten hochziehen, für die Gesäße und Rückenmuskulatur. Wie so eine Ballerina. Genau, ja, genau. Es gibt dieser Barret-Sport, das ist praktisch, das ist so eine Art Athletikprogramm an Baller, also an diesen Ballettstangen, das gibt es auch. Das kommt auch dorthin, also einfach, dass man sich irgendwo festhält und dann geht man einfach in Übungen rein. Also du kannst dich da schlau machen, weil man kann es ja schlecht hier immer beschreiben, weil ihr uns ja nicht seht, ja, aber guck mal, was möglich ist zum Thema an einem Sport, an einem Stuhl. Gib einfach mal ein Stuhltraining oder Sofatraining, dann findest du zwei, drei, vier, fünf Tipps, das ist ja der Hammer, ja. Was auch gut geht, es sind zum Beispiel kleine Hocker, die sehr stabil stehen, ja, und wenn du dort immer auf diesen Hocker draufsteigst. Wie so ein Stepper dann quasi. Genau, wie ein Stepper, ja, draufsteigst, ja, dann musst du dir keine 100 oder keine 500 Euro ausgeben, weil die Bank rockt dich runter, wenn du das immer auch hier, das gilt, das sag ich euch nochmal, es muss ein bisschen immer ans Limit gehen. Also nicht nur achtmal hochsteigen, nimm dir vor, pro Bein zwölfmal draufsteigen, das Ganze aber dreimal, dass du am besten im letzten Satz es nicht mehr schaffst. Ja, ich wollte gerade sagen, sodass man das Gefühl hat, oh nee, eigentlich mag ich das jetzt nicht, nee, das wird jetzt schon echt unangenehm, aber dann ist es wahrscheinlich genau richtig. Franzi, ich sehe, du hast das schon verinnerlicht, ja, ich sehe uns beide noch mehr wert. Ich will ja auch, ich will ja. Also immer 20 Minuten das Limit suchen, ja, dass du das Gefühl hast, du hast dich verausgabt. Denk nicht dran, dass du nach einer Woche schon aussiehst wie die berühmte Fitness-Antilope, sondern erstmal sagen, alter Schwede, ich merke ja, hier sind ja meine Oberschenkel brennen, ich kann mich jemanden hochtragen. So zum Beispiel, dass du einfach sagst, na klar, diesen Stepper, den verschenke ich vielleicht oder eben, wenn du nachher vielleicht sogar einen Schritt weiter bist, den baue ich einfach ein, aber es geht auch einfacher und schneller, weil mitunter für jemanden, der wenig Zeit hat wie du, ist diese kleine Bank rauszuholen oder schnell die Mathe auszurollen. Wesentlich einfacher. Genau, und du sagst, hey Kids, Sandmännchen an, Mama macht schnell ihre zwei Übungen zu je drei Sätzen und ist durch, ja. Bei dir geht es erstmal darum, dass du sagst, ich war aktiv, ich bin in der Lage, das umzusetzen, was ich mir vorgenommen habe, weil du sollst ja auch an sich das Gefühl haben, dass das, was du dir vorgenommen hast, auch schaffst. Ja, ist richtig. Weil er hat ja keinen Sinn, wenn ich sage, heute haben wir Japanisch und jetzt gehen wir erstmal los und sprechen den nächsten Japaner an. Dann sagst du, hast du eine Meise, ich kann doch kein Japanisch. Ich muss erstmal anfangen, den Pinsel zu halten, um japanische Schriftzeichen zu schreiben. Richtig. Nochmal ganz kurz, weil du auch sagtest, gerade wenn die Kinder zu Hause Fernsehen gucken, dann schnell die Mathe hin und ein bisschen was machen. Bei mir ist dann immer das Problem, die Kleine findet mich dann interessanter als den Sandmann im Fernsehen und will natürlich mit auf die Mathe. Kann man die Kinder irgendwie mit einbeziehen, mit einbauen? Also ich war ja, wo meine Kleine noch Baby war, waren wir beim Kanga, wo ich sie praktisch in der Trage vor mir habe und dann wie Zumba mache. Also auch Übungen, wo ich sie als Gewicht mit an mir dran habe. Super, ja, ja, genau. Ist jetzt ein bisschen schwieriger, ich glaube sie wiegt jetzt 15 Kilo, aber vielleicht kann man ja doch irgendwie, kann man sie da mit einbauen? Naja, du könntest sie, also wenn es dir von der Kraft her möglich ist, natürlich immer als Gewicht benutzen. Aber die Kinder halten natürlich keine dreimal 20 Kniebeuge an dir dranhängen. Du könntest sie sicherlich hinten auf deinen Rücken legen, sie festhalten, den Spaß draus machen und sagen, pass auf, Mama macht jetzt zweimal 20 Kniebeuge ohne dich, aber die letzten, den darfst du mitmachen. So, da könntest du sie praktisch hinten drauf und du guckst, wie es geht. Und das große Kind könnte halt dahinterstehen und sie halt abstützen zur Not. Ja, zum Hochdrücken wird es Kinder in dem Alter schwierig, weil die zu unruhig sind. Ja, ich würde einfach sagen, nimm alle mit, also wie wir letzte Woche schon besprochen haben, du musst alle mit reinnehmen. Mann, beide Kinder sagen, Mama, pass auf, ihr Lieben, pass auf, Mama will sich verändern, ich will ein bisschen fitter werden, ja. Und ihr dürft zugucken, ja, ihr dürft dabei sein und ihr könnt mich anführen, ich brauche Support. Ja, das ist gut. Weißt du was, dein großes Kind ist ja schon ein Schulkind, du zählst mit, dass Mama sich nicht verzählt. Ja, schaffe ich auch 20 Stück oder die 15 oder die 12 pro Bein. Und die andere macht immer Striche, ja, dein anderes Kind macht Striche auf einem großen Block, ja, jeder. Und dann dreht sie es dir um und sagt, Mama, guck mal, so viele Striche hast du heute weggerockt, ja. Und dann sagst du, ja, und das hebst du dir auf, machst ein Foto und stellst es deinen Status rein oder bei Instagram und sagst, yes, ich, Franzi, habe heute 60 Kniebeuge gemacht. Ich glaube, das ist für einen selber auch nochmal mehr Ansporn, weil man will ja auch die Kinder nicht enttäuschen. Ja, na klar. Und sagen, hä, Mama, du warst jetzt erst bei 10, oh, upsie. Ja, das ist mal dann, dass wirklich dann wahrscheinlich mehr durchzieht und auch motivierter sogar ist, ja. Genau, und du hast ja vorher, weil du das Ganze noch ein bisschen performen willst, stellst du den beiden auch noch eine Schale in mit Möhren und Gurkensticks und Apfelspalten. Dann sind die, also auch während du trainierst, proviant-technisch versorgt. Ja, das ist ganz wichtig. Die verhungern die also auch nicht. Ja, und weil die natürlich ganz spannend mitziehen, essen die die Gurkensticks ganz unbewusst mit. Ja. Und dann hast du dann alle, sind alle gut versorgt. Sehr gut. Wir haben uns ja auch fest vorgenommen, lieber Frank, es gibt jedes Mal in jeder Folge eine Hausaufgabe für mich und für euch. In der letzten Folge waren es Kniebeugen. Was hast du denn heute für eine Hausaufgabe mitgebracht? Naja, Franzi, also ich das vorhin mit diesen Ballettstangen so ein bisschen aufgegriffen habe, habe ich mir überlegt, dass wir heute mal, weil es so unkompliziert wie möglich sein soll, Bauchmuskelübungen im Stehen machen. Ja, sehr gut. Die du zum Beispiel auch wunderbar vor dem Kleiderschrank, bevor du dich anziehst oder auch hier wieder einfach die Locations nutzt dieses Haus, also Bad, Küche. Oder eben auch in deine Routinen einbaust. Wir wollen ja mit jeder Übung auch dein Trainingsprogramm so bunt wie möglich gestalten, weil du lebst ja nicht nur von Kniebeugen alleine. Also wir werden euch verschiedene Möglichkeiten von Bauchmuskelübungen im Stehen zeigen, die ihr abrufen könnt. Bauchmuskeltraining im Stehen vom Kleiderschrank kenne ich jetzt noch nicht. Also bis jetzt kenne ich Bauchmuskeltraining immer eher im Liegen. Erzähl mal, wie müssen wir uns das vorstellen? Naja, grundsätzlich ist die Bauchmuskulatur hält uns ja gerade, die stützt uns ja, dass wir also praktisch nicht krumm laufen. Und es wird also so sein, dass man einfach gerade steht und irgendwie sich oberkörpermäßig nach vorne, nach hinten, nach links beugt und dabei immer das Bein entgegen zieht. Es liegt sich praktisch so, als würdest du eine Bauchpresse, also eine Bauchmuskelübung einfach von der horizontal in die vertikale kehren. Alles klar. Also Hände sind im Hinterkopf und man zieht die Knie auf irgendeine Weise entweder seitlich zum Oberkörper oder die Knie frontal zum Bauch. Wie genau das aussieht und wie ihr das genau auch richtig macht, das zeigt uns Frank. Wir nehmen gleich noch ein Video auf und das findet ihr dann wieder zum Angucken und Mitmachen auf unserer Radiobrocken Facebook-Seite und auf radiobrocken.de. Ist auch lustig anzuschauen. Lieber Frank, es war wieder sehr lustig mit dir. Ich habe viel mitgenommen. Ich hoffe, ihr konntet auch viel mitnehmen. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Da geht es um das Thema Motivation. Ich glaube, dieses Problem kennt jeder von uns, dass die Motivation auch gern mal flöten geht. Und du hilfst uns, Frank, damit das nicht passiert. Da freuen wir uns dann in Woche drei drauf. Naja, ob ich mich darauf motivieren kann, das weiß ich nicht. Da muss ich erstmal noch meinen. Es gibt schon natürlich Motivationstricks, aber es ist am Ende wie mit allem im Leben. Man muss es auch wollen. Aber das erklären wir euch nächste Woche. Es war auch für mich zauberhaft, Franzi. Also nachdem du letzte Woche ja so auch offen umgegangen bist mit deiner Lebenssituation dargestellt hast. Das fand ich cool. Das war super. Ist auch ein Appell an euch. Ohne ein Eingeständnis oder ein Zugeständnis zu seiner persönlichen Situation. Das trifft auch für jemanden, der vielleicht eine Sucht loswerden will. Man muss sagen, okay, so bin ich. Das will ich ändern. Sonst wird es nichts. Reflektiert euch selber. Denkt nach, was ihr ändern wollt. Ihr seht es an, Franzi macht die ersten Schritte und sie geht sie bis jetzt ganz gut. Und ich nehme euch gerne mit. Bis nächste Woche. Ciao. Zwischen Kitz und Kniebeugen. Präsentiert von der AUK Sachsen-Anhalt. Die Gesundheitskasse. Alle Folgen zum Nachhören auf radiobrocken.de